Hallo und herzlich willkommen bei RetroGamble. Ich bin heute auf der Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Star Trek Flat Command. Sound habe ich an. Okay, ich werde es mal starten. Bestätigen. Zulassen. Bestätigen. Ich mache mal Vollbild. Es geht. Zustimmen. Durch Aura Kingdom war mein Plus Deck wieder kaputt gegangen. Deswegen musste ich wieder alles runter schmeißen. Und jetzt kommen die ganzen alten Spiele. Naja, was heißt alten Spiele? Die ganzen Spiele, die schwarze. Schlimm. Also Aura Kingdom 2 ist böse. Böse Spiele. Machen wir mal hier. Ich hoffe, hat er mein? Mein, mein, mein? Heimat? Nein, das ist doch nicht mein Account. Warum kann man nicht von Anfang an gleich sagen, hier, ich habe schon ein Account. Hm? Warum nicht? 1 1 1 1 Ach komm schon, wie lange dauert das denn noch hier? Klick 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 klick! Klick 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 kl Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich verstehe das nicht. Da bin ich wieder, und mal gucken weiter. Muss ich wieder von Null anfangen, das ist doch... Wenn ich immer sowas habe, habe ich schon gar nicht mehr so richtig Lust auf das Spiel. Weil, angenommen ich habe das jetzt auf dem Handy drauf, ich spiele das, bin richtig weit, dann geht Handy kaputt, dann geht Handy kaputt, brauche ich ein neues Handy, lad mir das wieder runter, und dann muss ich wieder von neu anfangen. Darauf habe ich dann nicht wirklich Lust. Nee, nee, nee. Ich probiere hier noch irgendwie reinzukommen. Hm. 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 Hm hm hm. Ah. Bestimmt, weil ich auf einem anderen Server bin. Dein Universum Warum sind die hier nicht sortiert? Und dann steht da, sie haben hier einen oder sie haben hier einen. Jetzt musste ich alle durchsuchen, um zu schauen auf welchen Server ich war. Das ist ja richtig übel. Warum sind die drei hier schon wieder geschlossen? Keine Ahnung. Allgemeine Einstellungen Da steht mein Name Name Das auch Na gut, jetzt habe ich schon 15 Minuten gesucht. Habe es nicht gefunden, weil ich denke ich bin auf einem anderen Server. Wir werden jetzt einfach ganz schnell die Dailies machen. Ich glaube sie sind auch gar nicht mal freigeschaltet bei mir. Ich glaube sie sind auch gar nicht mal freigeschaltet bei mir. Error Ah, wo ist der Flieger? Ja. 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 Passt wieder ein Schicken, oder? Oder nicht? Hm. 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 5 Minuten, naja, dann war er gleich fertig. Besiege ein Zerstörer, also einfach ein Zerstörer besiegen. Was ist das? 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 Levit 2 Akademie, yuhu! Ich ändere mal mein Bild hier, hm, die sehen scheiß aus, egal, Rahmen, geht nur der eine, auch gut, Objekte, öffnen, ok, beim anderen hatte ich schon zwei Schiffe gehabt, Ok, wählen wir aus, wie wirst du der Regiliana helfen? Schiff reparieren oder die Leute helfen? Wir helfen den Leuten. Ist vielleicht erstmal nicht so schlimm, als wenn ich das Schiff reparieren würde, wenn sie böse werden. Den habe ich auch noch gehabt. Das ist überhaupt geschlossen. Jawoll! Ein neuer Offizier, da ist er. Großes A. Das war ein großes A. Ort, Besetzung zuweisen, ja, das können wir machen, bestätigen. Ok, einsammeln. Ah, da, meine Tagesziele sind schon da. Gut, dann, ab jetzt geht es schneller. Dann fahren wir mal an. UPS auf Level 6. Ok, sind dabei. Verlassen Sie einen Offizier, um Ihre Effizienz zu erhöhen. Verbesser, machen wir. Effizienz, wir verbessern den hier. Super, gleich stark. Haben wir gemacht. Level 6 sind vorbei. Bei Forschung, schließen Sie eine Forschung ab. Kein Problem, wird gemacht. Ich brauche erst ein... Wow, Level 4. Einsammeln. Na, wo kann man mich erzählen? Akademie. Geht nicht, ich bin auf bei der Akademie an Bauen. Ah, super, der Endquest sagt das, der Endquest sagt das, Schiffe, nein, Offiziere, habe ich die zwei, ok, Fraktionen, die ganzen Shops, Allianz, Außen, System, Galaxie, if I hear, Speer, Ah, Hmm, Hmm, geht beides nicht. Ein Griff. Oh, Hmm, Ah, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist die verbesserte Schiffe auf Level 2, so, und wir können auch, haben wir bestimmt schon was, die Waffen verbessern, das ist aber schon Level 5. In den Ursprung der falschen Quelle. Ja, das war die Forschungsabteilung, jetzt kann ich was forschen. Okay, was machen wir? Kämpfe, Station, Galaxie, wir machen mal Station. F und E. Verbessern. Kein Problem. Verbessert. Äh, ich werde auf Station. Schneller bauen. Oh. 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 Und hier. Und hier. Oh. 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 uhan Glacier. Oh. Oh. Was wollen wir hinnehmen? Oh. 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 Hier sind voll viele Leute, die auf irgendwelche Leute warten. Oh, da müssen wir noch ein bisschen warten. Da war gar nichts von. Aber auch nichts von. Standard wollte ich warten. Da haben wir nichts. Auch nichts von denen auch nicht. Also ich soll eine Standard-Trikotierung machen. Aber ich wollte warten bis ich 100 habe. Da krieg ich nämlich 5. Obwohl ist egal. Wenn ich davon 3 mache und davon 2 habe ich das gleich raus. Also egal. Überspringen. Alles öffnen. Alles fertig. Und den nochmal. Forschung. Galaxie. Auf Level 20 muss F und E Gebäude sein. Nepp. Nepp. Das wird nichts beschleunigen. Nepp. 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 Heim ist es, ok, 1 Yippie Wie kriege ich denn das Forschungszeugs? Ok Das ist mir ganz woanders Rückruf Er hat die Stärke Kreis Die habe ich schon, also musste ich die Frau nehmen Reparieren, gratis Verwaltung Die Frau Da habe ich drei verschiedene Sachen bestätigen Das ist meine rote Kuh 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 Ich habe ihn letztens mal laufen lassen Das war alles zählt Das ist meine rote Kuh Das ist meine rote Kuh Sieh Scheiße Ich wollte Stationen forschen Sieh Ja Ja. Kuss. Und gleich sind wir da. In System rein. Nein, das ist mein System. Basis verlegen. Das habe ich mit den anderen allerdings noch nicht gemacht. Meine Basis verlegt. Ich wollte sie damals auch gar nicht verlegen. Jetzt hat sich die Quest einfach übersprungen. Ja, bauen kann ich noch nicht. Da fehlen mir noch zu wenig. Materialien. Jo. Tagesziele. Forschung abgeschlossen. Ich bin nicht dabei. Die 4 Stunden Ruhe plündern. Das dauert noch 3 Stunden. Also nicht mehr in diesem Video. Hier. Bissige 6 feindliche Schiffe. Auf Level 3. Da ist einer. Angriff. Angriff. Da ist noch einer. Das ist ganz schön klein geworden. Heimat. Rückruf. Rückruf. Reparieren. Gratis. Ok. Und jetzt. Oh. Da muss ich hin. Ja. Ist doch eine Flixia. Mhm. Mach das. Ja. Dann suchen wir noch mal den letzten. Die Nummer 3. Wo ist denn der? 1, 1, 2. 1, 2. 2. 1, 1. Da ist er. Da ist er ja. Ein Griff. 1, 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 1. Objekte einsammeln, Forschung, Station, starten, Hilfe, einmal zurück. Zweimal zurück. Außen brauchen wir auch nicht rein. So, was kommt jetzt? Was willst du hier ausemposteln, dass du für die Klingonen spionierst? Soll ich die Wahrheit sagen? Oder Lügen? Ach komm, wir sagen die Wahrheit. Ich bin ein Spion, deswegen bin ich hier. Ich bin ein Spion. Ich bin ein Spion. Wir suchen uns einen anderen Planeten, weil ich musste gar nicht zu dem Planeten. Oder? Hier fliegen so viele böse Leute rum. Verbessern. Das können wir noch wieder probieren. Filme lieber noch. Schöne Planeten gibt es hier. Schiff verbessern. Okay. F und E verbessern. Okay. Besiege Feinde auf Level 1. Und baue eine Korvette. Korvette ist die Orgische Korvette. Ja. Ich muss jetzt erstmal warten. Das Schiff kann ich nicht aufleveln. Die Basis ist hier. Betreten. Akademie wird gerade noch gebaut. Da hinten. Ist gleich fertig. Fertig. Level 5. Die Akademie. Ähm. Ja. Jetzt ist bei mir halt nur noch. Warten. 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 Die Angebote kommen später irgendwann mal. Irgendwann einmal. Ich kann das ja ein bisschen beschleunigen. Und dann... Und dann... Und dann... Das geht jetzt ganz schnell... Na, da warten wir mal ein paar Sekunden... Jetzt kann ich zwei Schiffe haben... Upsa... Das waren auch gerade noch ein paar Sekunden gewesen... Und dann... Und dann... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin jetzt nur noch heiß auf die Corvette. So, jetzt haben wir das. So, jetzt haben wir das. Okay, und jetzt bauen wir die Corvette. Jetzt sagt er das bauen, wird gemacht. Unterstützung. Da kommt meine Corvette. Dann habe ich die Corvette in ein paar Minuten, in 46 Minuten. Dann brauchen wir allerdings jetzt noch eine Besatzung. Besatzung waren... Ach, ich guck, hier war das. Einen haben wir ja. Spock war das, glaube ich. Und ich bräuchte da nochmal ein paar Leute. Ein Geschenk. Schön. Nehme ich doch gerne an. Geschenke. Befördern. Ah, hier. Einen neuen. James. Kirig. Kirg. Kirg. Kadett. Das sind ja alles Kadetten hier. Der SB ist Ausbilder. Ja, Ausbilder Spock. Also, mein eigenes Schiff wird nur von Kadetten geleitet. Stark. Ich soll hier immer noch verbessern. Keine passenden Sachen, außer das Umwandel. Dann würde ich mal sagen, war es das für erst mal für heute mit die XXL-Version von... Ja, okay, ich habe meine Dailies noch nicht fertig, aber... Auf ein Ausrufezeichen komme ich auf die Dailies rauf. Mal schauen, was da dahinter ist. Einsammeln. Achso, hat beide gemacht. Gut. Ich könnte nochmal hier... Ah, das sind gerade 2-3er Angriff. Und hier ist es nochmal... Level 1 angreifen. Dann kommt ihm aber auch noch schnell. Wo sind denn noch 2 Stück? Da ist ein Level 1. Da ist ein Level 1. Dann auch nochmal ein. Ich habe auch noch genug. Ist gut. Objekte... Öffnen. Einsammeln. Gut, 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 gut. Dann Schiff, Rückflug. Warten. Präparieren. Verbessern. Verbrechen. Verbessern. Verbrechen. Ja. Habe ich noch was hier? Die Daily wollte ich noch abholen. Daily. Tägliche Quest. Abholen. Und folgen. Das fehlt wirklich nur noch der hier. Ja gut. Die eine Quest fehlte. Bei Dailies. Der Rest habe ich alles fertig gemacht. Ähm. Ja. Ich würde mal sagen... Ich würde mal sagen, ich schließe jetzt das Spiel. Ist mir das abholen? Noch was da? Ja. Das geht noch nicht. Aber vielleicht habe ich sie ja jetzt. Ja. Haben wir das auch schon mal? Hm. Da bin ich bei. Nein. Das kommt ja immer wieder. Feinde besiegen. Gut, 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 gut. Jetzt sage ich mal danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.